Diese Woche in Berlin tanzt. Die Abschlussvorstellung der Bühnentanzschule DanceWorks mit Werken der diesjährigen Absolventen. Das Sommerfestival der Tanzakademie Sefuentes mit einem Wettbewerb im orientalischen Stil. Der Verein Flatback and Cry mit neuen Produktionen im Rahmen des Tanzabends Artefakte 10. Und Katharina Scheidmann mit ihrem aktuellen Contemporary-Stück. Getanzt in der passenden Naturkulisse. Berlin tanzt am kommenden Samstag um 16.45 Uhr, 20.45 Uhr und 23.45 Uhr. Sowie am Sonntag um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr auf TV Berlin. Einschalten und genießen! in der nächsten�ми Jungen bis zum nächsten Mal. Jun, drei tag Joon Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020